Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meiner neuen Bücherwoche, der Bücherwoche meines Urlaubs. Ja, ich habe eine Woche faul umhergehangen und ja, habe die freie Woche rund um meinen Geburtstag sehr, sehr genossen. Hatte wirklich eine sehr entspannte und schöne Zeit und ja, manchmal braucht man so eine Auszeit und man merkt das ja oft erst, wenn es dann soweit ist. Also ja, ich habe das sehr genossen und natürlich ist eine Woche jetzt nicht richtig lange, aber so um ein bisschen runter zu kommen, zu entspannen, Bücher zu lesen, Serien zu schauen, Film zu gucken, war es absolut ausreichend und natürlich auch ein bisschen was so im Haus und Hof zu erledigen. Ich habe fünf Bücher gelesen, gehört, doch recht sachbuchlästig, dachte ich jetzt, das war eigentlich gar nicht so die Absicht. Ein Buch davon wurde auch abgebrochen und ja, auch eins, was mich, oder zwei, die mich nicht so begeistert haben. Ja, also es war zwar von der Vielzahl an Büchern relativ viel und spannend, allerdings waren sie auch relativ dünn, also es ist im Vergleich dann gar nicht, ich sage mal, so viel gelesen worden wie sonst, was ja bei mir im Urlaub sehr häufig tatsächlich so ist. Es wird in der nächsten Woche keine Bücherwoche geben, weil ich jetzt drei sehr dicke Bücher am Start habe. Eins, was ich in der Leserunde gemeinsam lese und daher wieder schon ganz bewusst auf zwei Wochen aufgeteilt haben. Und ich dachte, Mensch, da kannst du auch so ein Welzer Hörbuch noch hören und nebenbei ein anderes Buch so ein bisschen mitlesen oder anschauen. Und dementsprechend wird es nächste Woche keine Bücherwoche geben, aber es wird ein anderes Video geben. Ich vermute mal, es wird die Rache des Sub für den Monat Januar, der fehlt nämlich noch. Und ja, also ihr bekommt auf jeden Fall samstags ein Video, aber keine Bücherwoche. Da bin ich dann erst in zwei Wochen wieder da. Ansonsten auch Serie, Film und darüber werde ich definitiv später ein bisschen berichten. Und nein, Serie nicht, tatsächlich nur zwei Filme. So ist es eigentlich richtig. Ja, aber starten wir mit den Büchern. Ich packe die Bücher unten in die Infobox, auch mit den Zeitstempeln. Wenn euch irgendwie ein Buch besonders interessiert, das ihr einfach vor- und zurückspringen könnt, wie ihr möchtet, schaut da also gerne auch mal in die Infobox. Ja, begonnen hat die Woche mit dem Abbruch-Hörbuch und zwar für Immerhaus von Kai Meier. Das habe ich montags begonnen und direkt auch montags dann abgebrochen. Mit einer lieben Freundin habe ich Barfuß auf dem Sommerdeich von Katja Just gelesen. Leider nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann hatte ich direkt Lust auf einen weiteren Reisebericht und oder Lebensbericht und habe Pfoten im Schnee von Lottie Meier gelesen. Und ja, die beiden Bücher sind in der gleichen Reihe sozusagen erschienen. Dann wurde es ein bisschen japanisch mit Ikigai von Mirales und Garzia. Das habe ich auch zusammen mit einer Freundin gelesen. Und das Cover finde ich tatsächlich richtig schön mit diesen Koi-Karpfen. Sind das Koi-Karpfen? Goldfischen, je nachdem. Ja, bin ich auf jeden Fall auch sehr angetan von. Und dann ein Buch. Ja, der fürsorgliche Mr. Cave von Matt Haig. Lasst uns alle durchatmen, bevor wir dann zu diesem Buch kommen, weil, ja, ich weiß auch nicht mehr so richtig, was ich davon halten soll. Aber wir beginnen mit dem Für-Immer-Haus von Kai Meier. Ich fand, dass das Buch super spannend klang, als es, ich glaube, im letzten Jahr irgendwie erschienen ist. Ich habe es dann von Ed Gelly als auch als Hörbuch-Rezensionsexemplar erhalten. Simon Jäger spricht das Hörbuch und das hat im Grunde dafür gesprochen, dass ich dann gesagt habe, ja, da hole ich mir definitiv auch die gesprochene Version. Ich hatte bisher noch nicht so richtig Glück mit Kai Meier. Ich habe einige seiner Bücher abgebrochen. Ich fand diese Seiten der Welt nur so okay. Ich habe jetzt noch ein Buch von ihm auf dem Sub. Das liegt auch irgendwo hier unten. Und das ist diese Chin-Lande. Ich werde mich daran jetzt nochmal probieren. Wenn das aber auch nichts ist, dann werde ich den Autor einfach abhaken. Das Für-Immer-Haus, was hier titelgebend ist, steht zwischen den Welten und es hat tausende von Hallen und auch Seelen und endlose Korridore. Dort stranden erfolgreiche Helden, die in ihrer Welt, in ihrer Geschichte, ja, im Grunde, ja, die Menschheit gerettet haben, ihr Volk gerettet haben, aber dann ins Exil abgeschoben wurden. Und Karl, den wir hier auch antreffen, ist einer der ersten Gestrandeten, der sich an seinen Namen erinnern kann und der sich auch gar nicht so als Held sieht oder gar Erlöser, sondern sich tatsächlich fragt, was mache ich eigentlich hier? Wir treffen auch andere Bewohner in diesem Für-Immer-Haus und die suchen jetzt eben einen Ausweg aus diesem Haus. Und ja, ich habe so 30 Prozent gehört, was jetzt nach mehr klingt, als es dann tatsächlich in Hörzeit für einen freien Montag war. Ja, ich kam überhaupt nicht rein. Also ich habe es wirklich probiert. Ich habe erst gedacht, verstehe ich irgendwas nicht. Ich habe den Sprecher langsamer sozusagen gemacht. Ich dachte, ich kann dem überhaupt nicht folgen. Es begann unfassbar überladen. Also es war so viel zu Beginn. Ich habe nicht reingefunden in die Geschichte. Ich verstehe auch immer noch nicht so richtig, wohin die Geschichte wollte, was sie mir sagen möchte. Es war wirklich unglaublich anstrengend beim Zuhören. Und das bei Simon Jäger, wo ich ja per se sage, dass der eigentlich alles sprechen kann. Es wirkt schon sehr fantasievoll. Also ich glaube, Karl Mayer ist schon jemand, der wirklich Fantasie hat, dass er das auch rüberbringen kann. Aber es gab für mich keinen so richtigen roten Faden. Es gab vielleicht so eine gewisse Spur, die ich hätte folgen können. Aber ich habe den Weg nicht gefunden. Ich habe nicht verstanden, was wir eigentlich hier wollten. Zudem passierte jetzt in diesem Drittel auch nicht sehr viel. Es gab sehr viele Beschreibungen. Es gab unfassbar viele Dialoge. Das hat aber die Geschichte für mich in dem Drittel aber auch nicht weitergebracht. Also es gab auch keinen so richtigen Spannungsbogen, dass man sagt, wo geht das jetzt eigentlich hin? Also es ist ja schade, weil es von der Idee schon cool klang, dass wir hier dieses Haus haben, wo eben diese Heldenstranden, die ins Exil geschoben wurden, die sich dort treffen, die dort vielleicht auch die Möglichkeit auf ein neues, anderes Leben irgendwie haben. Dann auch diese Spannung, dass sie sich eben nicht erinnern. Und dann haben wir eben hier eine Truppe, mit denen irgendwas anders ist. Und besonders eben auch mit Carter, der sich auf einmal an seinen Namen erinnert und irgendwie denkt, nee, hier gehöre ich nicht hin. Ich bin kein Held, aber ich kam nicht rein. Ich verstehe nicht, wo das hin sollte. Ich habe auf Spannung gewartet, auf irgendwie, dass die Geschichte vorwärts geht. Es war leider nicht meine. Also ich fand es wirklich schwierig und dachte dann auch wirklich so am Nachmittag nach einem Drittel, ach nee, greif zu einem anderen Buch. Und ja, das habe ich dann im Grunde auch gemacht. Doch auch das nächste Buch, was ich zusammen mit der lieben Miri vom Booktube, nein, Bookstagram-Kanal MJ Least gelesen habe, war nicht so viel besser. Ich packe ihr Instagram auch unten mal in die Infobox. Und zwar Barfuß auf dem Sommerdeich von Katja Just. Ein Buch von der lieben Miri, was ich ihr zu Weihnachten geschenkt habe, mir gleich mit eine Ausgabe zugelegt habe. Und ich uns sozusagen dann auch gemeinsame Lesezeit geschenkt habe. Es ist der vierte Band der Sehnsuchtsorte-Reihe aus dem Eden Verlag. Und das nächste Buch ist auch aus der gleichen Reihe. Und es gibt, glaube ich, 15 Stück, wenn ich das richtig gesehen habe. Und es sind schon noch so drei, vier spannende Geschichten dabei. Ja, die Autorin, die Katja Just, zieht nach einer, ja, vielleicht auch irgendwie gescheiterten Beziehung auf Hocke. Das ist die zweitgrößte Hallig-Insel im holsteinischen Wattenmeer. So wird ein Schuh draus. Es gibt da so rund 100 Einwohner, was schon wirklich sehr, sehr klein ist. Unter anderem wohnen auch ihre Eltern, also ihre Mutter mit ihrem Stiefvater schon dort. Und sie kennt diese Gegend auch aus ihrer Kindheit. Und man hat da wohl auch schon sehr viel Urlaub gemacht. Sie lässt im Grunde alles zurück. Ihren Partner, der irgendwie diese Aufgabe oder diese Herausforderung oder diesem Abenteuer nicht gewachsen war. Auch irgendwie ihrem Job, ihre Freunde. Und fängt dort relativ neu an. Erzählt uns von Ausbildungen, die sie dort dann gestartet hat. Die sie dann eben auch gebraucht hat, um dort irgendwie wieder Fuß zu fassen, einen Job zu bekommen. Es geht dann auch so ein bisschen um das Leben auf dieser Insel. Und sehr viel geht es um ihre Probleme, die in meinen Augen gar keine so echten Probleme sind. Und ja, da nimmt sie uns im Grunde ein bisschen mit. Ja, ihr merkt es schon, ich bin auch hier nicht sehr begeistert. Es war wirklich schwierig. Es ist, finde ich, immer schwierig, Lebensgeschichten zu bewerten. Es ist nun mal das Leben von Katja Just. Es sind ihre Erfahrungen. Es ist ihre Geschichte. Das ist natürlich schwierig. Ich kann auch nicht eine Biografie von jemandem beurteilen. Man steckt nicht in der Haut des Erzählenden. Aber ich kann natürlich bewerten, wie diese Geschichte erzählt wurde. Also ja, nicht das Leben oder welche Entscheidungen sie getroffen hat. Das möchte ich wirklich nicht bewerten oder verurteilen oder was auch immer. Sondern mir geht es wirklich um die Art, wie sie es erzählt. Und wie sie es uns erzählt, war sehr merkwürdig, war sehr egoistisch und war sehr konfus. Also sie kam für mich überhaupt nicht sympathisch rüber. Es ist eine sehr egoistische Art, die sie an den Tag legt. Das fand ich ganz, ganz schwierig. Ich muss meinen Protagonisten in der Geschichte nicht immer mögen. Ich mag auch einen coolen Bösewicht. Aber ich weiß nicht so richtig, was uns die Autorin sagen wollte. Ja, sie stürmt da irgendwie auf dieser Halliginsel. Erst denkt man, es ist ein großes Abenteuer. Aber eigentlich kennt sie die Insel. Eigentlich kennt sie das Leben. Eigentlich hat sie ihre Eltern dort. So richtig flüchtet sie. Vielleicht auch davon, weil das mit ihrem Ex-Partner nicht funktioniert hat. Auch die Freundschaften irgendwie. Das ist alles so ungreifbar. Also das mache ich auch mit Problemen. Ich habe ihre Probleme nicht verstanden. Ich habe alles, was sie hier drin als Problem wälzt und sich Gedanken darüber macht. Und sie macht sich sehr viele Gedanken. Ich habe das nicht verstanden, wo ihr Problem dahinter ist. Ich fand das teilweise jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Und ich hatte da wirklich meine Schwierigkeiten. Das letzte Drittel, wo wir schon eigentlich so im Überlegen waren, lesen wir das wirklich weiter, war mit das Informativste, wenn es um die Hocke, also um diese Halliginsel geht. Also wo wir wirklich mal erfahren, wie ist das Leben dort, was passiert, wenn ein Sturm kommt, wie ist das mit der Fähre, wie ist das mit den Touristen und so weiter. Das war für mich tatsächlich so spannend, weil ich wollte natürlich was von dieser Hocke, von dieser Halliginsel erfahren. Wie ist das Leben dort? Welche Herausforderungen gibt es? Wie geht man miteinander um und so weiter? Ich wollte davon lesen und hören und wie sie vielleicht in der Gemeinschaft aufgenommen wird oder eben nicht und warum nicht und wie sie sich vielleicht auch dann zum Festland irgendwie verändert, wie das mit ihren Freunden sein wird und so weiter. Ich hatte so viele Fragen und Gedanken, aber es wurden nur sehr, sehr wenige davon irgendwie angerissen. Denn die meiste Zeit dreht sich es eben um Probleme und Gedanken und noch mehr Probleme und Liebeleien und keiner versteht sie und ich denke mir ja, weil du es überhaupt nicht erklären kannst, was dein Problem ist. Also mir war es zu viel Grübelei, mir war es auch diese Problemwälzerei. Also ja, man neigt natürlich als Mensch irgendwie schon dazu und es steht mir auch gar nicht zu, ihre Probleme zu bewerten, aber sie schreibt sie ja nieder und sie erklärt mir nicht, wo ihr Problem ist und gleichzeitig erzählt sie aber immer wieder über ihre Probleme, wo ich denke, was ist denn da dein Problem? Ich habe es nicht verstanden. Wir beide, Miriam und ich, fanden es leider nicht gut. Es war schon locker, es war flüssig, gar keine Frage und wie gesagt, das letzte Drittel hat dann auch endlich mal ein bisschen was über diese eigentliche Insel erzählt, aber das ist definitiv kein Buch, was man gelesen haben muss. Ganz im Gegenteil, da habe ich schon so viele andere spannendere, tollere, sympathischere Reise- oder Auswanderungs- oder Lebensberichte, wie auch immer, gelesen. Ja, das hat Katja Just für mich nicht wirklich gut hinbekommen. Dann kommen wir direkt zum Kontrastprogramm, nämlich Pfoten im Schnee von Lottie Meier. Ich hatte Lust auf Schnee und Reisen und das ist hier der zwölfte Band der Sehnsuchtsorte. Also man sieht auch schon an der Optik, dass die natürlich irgendwie zusammengehören. Das eine wird ausziehen, Pfoten im Schnee wird definitiv bleiben. Ja, wir treffen Lottie Meier, die war eine erfolgreiche Modedesignerin und wohnte in einer tollen Wohnung in der Schweiz, hatte auch ein Ferienhaus dort und hat es sich da sehr, sehr gut gehen lassen, hat viel gearbeitet und so rund um ihren 40. Geburtstag fühlt sie sich aber auf einmal antriebslos, müde. Dann stellt sie auch ihr Leben in Frage und relativ spontan entscheidet sie sich auch nach etwas, was in ihrer Firma passiert ist, für einen Urlaub. Sie reist auf eine Hundeschlittentour nach Lappland und dort angekommen, verliebt sie sich in die Huskys, in die Natur und auch in die Polarlichter. Als dann auch irgendwann noch ihr Herz anfängt, sich in einen Mann zu verlieben, entscheidet sie sich für einen Neustart am Polarkreis, zieht mit Sack und Pack nach oben. Ich glaube, sie ist nach Schweden gezogen. Ursprünglich war sie ja Lappland, was ja irgendwo, glaube ich, auch eher Finnland ist, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Aber ja, sie zieht nach oben und beginnt dort ein neues Leben und steht da vor allerlei Herausforderungen. Und um hier vielleicht schon den Unterschied gleich zu machen, ich habe hier die Probleme und Gedanken verstanden, während ich das bei dem anderen Buch überhaupt nicht konnte. Aber gut, jetzt kann man natürlich sagen, eine 40-jährige Frau überdenkt irgendwie ihr Leben, ist das irgendwie eine Midlife-Crisis? Ja, das könnte durchaus so der Fall sein, man könnte es so bezeichnen, aber es steckt hinter dieser wunderbaren Geschichte dann doch viel, viel mehr. Es ist wirklich eine Geschichte, die von der Liebe zur Natur erzählt, zu den Tieren, besonders zu den Huskys. Aber Lottie Meyer hat auch Katzen, die auch mit ihr auswandern. Und man spürt wirklich, wie verbunden sie mit den Tieren ist. Sei es wirklich mit ihren Hunden, mit den Huskys oder dann auch mit ihren Katzen oder eben auch mit Pferden, die dann nochmal eine Rolle spielen. Ich fand Lottie Meyer super sympathisch. Also sie war sehr geerdet, sie war sehr realistisch, sie hat vieles auch hinterfragt, was so Träumereien waren. Sie hat schnell wieder auch auf dem Boden gefunden, wurde aber so ein bisschen von außen immer wieder zu etwas dummen Entscheidungen angetrieben. Und leider neigte sie selbst eben auch zu etwas einer naiveren Art. Und sie sah in vielen Dingen eben gar nicht so dieses Problem, diese Herausforderungen, sondern anfangs ist sie da noch sehr mitgeschwommen, was dann eben auch einfach zu Geldproblemen führt. Und das eben auch in einem fremden Land. Allerdings, wie gesagt, bringt Lottie Meyer für mich ihre Probleme, Herausforderungen, Gedanken viel besser rüber, sodass ich auch verstehe, warum sie da so hadert oder was ihr Problem ist. Und manchmal hat sie ihr Problem gar nicht selbst erkannt, aber man als Leser dachte, ja, das könnte es wohl dann irgendwie sein. Sie war super sympathisch, das muss man wirklich sagen. Sie bringt es super rüber, wie sich die Veränderungen in ihrem Leben angefühlt haben, wie die Familie damit umgegangen ist, wie sie neue Freunde findet, neue Herausforderungen. Und ich fand einfach ihr großes, großes Herz für die Tiere, das fand ich so, so, so toll. Und es gibt einige traurige Stellen, wenn man sich eben auch mal von dem Tier verabschieden muss, da habe ich ganz schön mit mir gekämpft. Da habe ich dann auch gemerkt, wie emotional Lottie Meyer hier eigentlich schreibt, ohne es irgendwie zu sehr auszuschmücken. Und ich dachte, ja, mir sind diese Tiere, von denen sie dann eben immer mal berichtet, so auch schon ans Herz gewachsen, obwohl wir ja auch kein dickes Buch haben. Und ich fand eben auch schön, wie sie so Unterschiede macht zu den Menschen, zu den Kulturen, auch zwischen zum Beispiel den Huskys, wo sie da eben auch die Unterschiede zeigt, wie das Tiere eben auch einen Charakter haben, jedes Tier anders ist. Und ja, ich lebe hier mit Katzen, ich kann das absolut bestätigen, keine Katze ist wie die andere. Also es ist wirklich, wie jeder Mensch anders ist, sind das auch die Tiere. Sprachlich ist es sehr locker, es ist sehr leicht, es ist flüssig, sehr nachvollziehbar und ich fand auch sehr bildhaft, was die Natur betraf. Also man hatte wirklich diese wunderbare Landschaft vor Augen, was jetzt nicht mein favorisierter Urlaubsort wäre, aber so eine Husky-Tour stünde definitiv auch auf meiner Bucketlist, weil ich das mir definitiv auch ganz wunderbar vorstelle. Ich hätte mir an mancher Stelle vielleicht tatsächlich noch ein bisschen mehr Natur gewünscht und vielleicht auch ein bisschen mehr Infos zu den Husky-Touren. Das kam ein bisschen kurz, auch vielleicht tatsächlich, wie man so eine Tour auswählt, wie Hunde darauf ausgewählt werden und ähnlichem. Vielleicht ein bisschen weniger Herzschmerz, dafür ein bisschen mehr Husky und Husky-Touren. Ich glaube, das wäre definitiv noch eine gute Entscheidung gewesen. Man merkt auch in dem Buch, dass man nie zu alt für blöde Entscheidungen ist und das fand ich tatsächlich sehr schön und dachte mir ja, auch mit 50 kann man einfach, oder in dem Fall war sie ja anfangs 40, kann man einfach noch blöde Entscheidungen treffen. Ich fand hier tatsächlich einfach gut, wie sie es rübergebracht hat und wie gesagt, ich möchte, wie auch beim anderen Buch, nicht den Lebensbericht dieser Entscheidungen irgendwie beurteilen, sondern nur, wie sie uns davon erzählt. Ich hätte nach dem Buch direkt Lust gehabt, mich nach Lappland aufzumachen, eine Husky-Tour zu machen. Dabei bin ich überhaupt kein Schneemensch und das mag jetzt was heißen. Pfoten im Schnee, absolute Empfehlung, hat mir sehr, sehr gut gefallen, wird definitiv im Regal bleiben und hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ein weiteres Sachbuch kommt dann aus Japan und ist Ikigai von Francis Mirales Hector Garcia und ist, glaube ich, letztes Jahr im Herbst bei mir eingezogen und ich bin dem Buch nämlich öfter über den Weg gelaufen, beziehungsweise diesem Trendthema Ikigai. Und ja, der Untertitel lautet von dem Buch Gesund und glücklich 100 werden und das hat mich eben auch einfach neugierig gemacht und so auch meine Freundin und so haben wir uns das Buch jetzt so zum Jahresstart einfach mal eingeteilt und auch gemeinsam gelesen. Ja, Ikigai, was ist das eigentlich? Das ist ein neuer Trend im Grunde aus Japan, der nach dem Geheimnis sucht für ein langes und gesundes Leben. Den Japanern zufolge hat eben jeder Mensch dieses Ikigai, was dafür steht, wofür man morgens aufsteht, wofür man brennt und was so ein bisschen der Sinn des Lebens sozusagen ist. Also was uns antreibt, im Grunde dieses Leben auch lebenswert zu führen. Es gibt die japanische Insel Okinawa. Ja, das ist der Ort mit den meisten 100-Jährigen, wo man als Mit-80er noch als junger Spund gilt. Das fand ich großartig. Auch dort wird eben geforscht und wir haben auch Interviews, die dort geführt werden und beschäftigen uns eben mit den Möglichkeiten, gesund alt zu werden und was eben vielleicht tatsächlich die Bewohner dieser Insel anders machen als viele andere. Dieses Buch empfehle ich so ein bisschen eingeschränkt. Vor allem für Anfänger ist dieses Buch wirklich ein Highlight. Also die vorher noch nichts irgendwie über Achtsamkeit, Yoga, Meditation oder ähnliche Themen gelesen haben, die werden mit diesem Buch absolut ihren Spaß haben, können sich damit einfinden, weil das Buch ist sehr leicht, der Stil ist flüssig, es ist viel erklärt, es hat praktische Ideen, es gibt wunderbare Impulse und ich glaube, wenn man noch nichts irgendwie von so einem Thema, gerade Achtsamkeit gehört hat, dann ist das der perfekte Einstieg, um sich da mal ein Bild zu machen. Es ist wirklich einfach, es hat tolle Elemente, wo es eben Dinge auch bildhaft erklärt. Wir haben die Interviews, wo man herausziehen kann, was ist vielleicht das Besondere dann tatsächlich auch daran oder ja, woher haben die 100-Jährigen ihre Energie. Mein vielleicht kleines Problem, ich möchte es eigentlich gar nicht als großes Problem nehmen, ist, dass wir hier einmal die wunderbare Grafik haben zum Ikigai, woraus das im Grunde so ein bisschen besteht. Mir persönlich ging es an mancher Stelle zu wenig um das eigentliche Ikigai. Ich finde die Interviews spannend, ich finde die Impulse gut, ich fand es toll, welche Gedanken es in mir auch ausgelöst hat. Für mich waren es aber tatsächlich eher Impulse als wirklich neue Gedanken, aber das kann man gar nicht erwarten, weil ich mich einfach mit dem Thema schon länger beschäftige. Ich fand aber tatsächlich, dass es um das eigentliche Ikigai, wie man vielleicht auch zu dieser ja lebensbrennenden Aufgabe kommt, wie man diesen Weg dahin findet, ich fand das fast ein bisschen wenig. Aber es war ein tolles Buch, es hat wirklich wunderbare Impulse in mir freigesetzt. Es hat auch einfach nochmal so dieses Achtsamkeitsthema nach vorne gebracht. Es gibt auch einige Tipps und Hinweise, also sei es von der Ernährung über die Bewegung, es wurde auch vom Mabui gesprochen, da sind wir ja so in einer Religion, wo es dann ja um den Tod auch geht, wie da so die Verbindung ist. Es gibt Tipps zu Teesorten, die ich mir hier auch mal markiert habe und ja, dann gibt es eben einfach so auch diese Gedanken, was zum Essen, ja auch zum Beispiel keine Leute zu treffen, die man nicht mag, die einen aufregen und eher negativ für sich selbst sind und ja, also tolle Impulse, wirklich auch einfach und toll verpackt, vielleicht eine Spur zu wenig Ikigai für mich. Also ich hätte mir tatsächlich mehr gewünscht, wie man zu diesem Feuer, zu diesem Sinn irgendwie kommt. Ja, ich meine natürlich kann der mir jetzt nicht sagen, was mein Sinn des Lebens ist, aber so ein bisschen eher diese Richtung, was löst das dann in einem aus, das hätte ich tatsächlich auch irgendwie spannend gefunden. Also ja, tolles Buch, Empfehlung, eher tatsächlich für Einsteiger, als die, die sich vielleicht schon lange auch mit Nachhaltigkeit beschäftigen, Nachhaltigkeit, Achtsamkeit, Yoga, Meditation beschäftigen. Ja, auch Nachhaltigkeit ist durchaus ein Thema, über das man sich beschäftigen sollte, aber ja, tolles Buch, wie gesagt, so zwei, drei kleine Kritikpunkte, aber sonst auch wirklich eine Empfehlung von mir. Und dann kommen wir zum letzten Buch der Woche und ich muss sagen, ich bin ein bisschen ratlos und mir fehlen auch ein bisschen die Worte. Ja, es ist der fürsorgliche Mr. Kay von Matt Haig. Ich hatte das ja auch bei den Neuerscheinungen fürs erste Quartal vorgestellt und auch gesagt, auch nach der Mitternachtsbibliothek möchte ich Matt Haig unbedingt noch eine Chance geben. Ich habe das Buch bei vorablesen.de gewonnen und konnte es so eben auch schon vor dem Erscheinungstag, der glaube ich der erste Februar ist, lesen. Bin da auch eigentlich sehr, sehr dankbar und happy darüber. Aber ich weiß nur nicht, ja, ich bin wirklich so ein bisschen ohne Worte, was dieses Buch soll, tatsächlich. Das Buch handelt um Terence Cave, der Antiquitätenhändler ist, der beim tragischen Tod nach einem Unfall von seinem 14-jährigen Sohn Ruben dabei ist, zusehen muss. Jetzt ist er allein mit seiner Tochter, das ist die Zwillingsschwester, das ist Brioni. Auch seine Frau ist vor einigen Jahren gestorben bei einem Einbruch oder auch Überfall in seinem Geschäft und nun weckt in ihm der Beschützerinstinkt und er will seine Tochter beschützen. Er schafft immer mehr Regeln, er zwingt sie im Grunde dazu zu lügen, sich rauszuschleichen. Es herrscht ein Misstrauen zwischen den beiden, zudem ist auch seine Schwiegermutter mit dabei, die versucht ihn immer mal wieder so auf Spur zu bringen und versucht auch ihrer Enkelin beizustehen. Aber man merkt hier, wie sich der Abgrund von Terence öffnet und wir wirklich in menschliche Abgründe hinabsinken. Ja, es ist ein sehr deprimierendes Buch. Also ich möchte, vielleicht fange ich mit dem Positiven an, Matt Haig kann schreiben. Es ist faszinierend, wie er Worte zusammenbringt, wie er Dinge beschreibt, wie er Situationen rüberbringt, wie er auch die Abgründe von Menschen beschreibt, insbesondere hier von Terence Cave. Das ist wirklich richtig, richtig toll. Also das hat wirklich lesetechnisch Spaß gemacht und deswegen bin ich, glaube ich, auch dran geblieben. Das habe ich auch bei der Mitternachtsbibliothek gesagt. Er kann schreiben, aber hier stellt sich eine große Frage, was will mir Matt Haig eigentlich mit dieser Geschichte sagen und was will mir eigentlich der Verlag sagen? Ich habe manchmal das Gefühl, dass bei Autoren, die einen gewissen Erfolg haben, egal ist, was drinsteht, es wird automatisch ein Bestseller. Mein bestes Beispiel ist Fizek, der von sehr vielen Seiten ja mittlerweile kritisiert wird, der auch nicht mehr die besten Thriller wohl schreibt. Trotzdem eine Maschinerie in Gang gesetzt wird, sobald ein neues Buch kommt. Ich glaube, man kann das auch über Stephen King sagen, auch nicht jeder seiner Bücher ist ein Meisterwerk. Das ist aber, glaube ich, auch eine hohe Kunst, wenn du jedes Jahr ablieferst, dass das wirklich immer ein Meisterwerk ist oder auch alle zwei Jahre. Matt Haig hat mich mit vielen seiner Bücher begeistern können und ich und die Menschen liebe ich. Ecoboy fand ich großartig, wie man die Zeit anhält, habe ich geliebt. Und ich weiß nicht, was er mir hiermit sagen möchte. Fährt er die Schiene bezüglich Depressionen, die er eben an sich selbst auch erlebt hat? Ist das wirklich ein Thema, über das man ständig jetzt von ihm lesen möchte? Wir haben hier eine Briefform, also eine Ich-Perspektive. Und auch das macht Matt Haig sehr gut. Es ist im Grunde ein Brief von Terrence an seine Tochter Brioni. Es ist schon sehr intensiv, weil wir wirklich bei diesen Gedanken, Gefühlen, Emotionen mit dabei sind. Und da merkt man, wie sehr Terrence in diese Abgründe driftet. Aber ich habe mich ständig gefragt, warum hält ihn keiner auf? Er hat eine Schwiegermutter, die jeden Tag Kontakt hat. Er hat Kunden. Er hat Freunde. Und ja, jetzt leben wir alle in einer ganz schnelllebigen Zeit und spricht meinen Freund an, nur weil er vielleicht sich komisch verhält. Ich meine, gerade ist ja auch sein Sohn gestorben. Ich weiß das. Mir ist das alles bewusst. Aber wenn sich jemand so verhält, da würde ich definitiv entweder im Freundeskreis mal darüber sprechen oder ihn auch direkt mal zu einem Gespräch bitten. Und ich frage mich immer, warum das in Geschichten, die Fiktionen sind, nicht passiert. Natürlich wäre die Geschichte wahrscheinlich dann zu Ende. Das ist wie wenn man bei einem Thriller die Polizei ruft. Es war an vielen Stellen sehr beklemmend. Es war aber auch unglaublich langweilig. Also es ist nicht sehr viel passiert. Es war sehr vorhersehbar, obwohl ich immer wieder gehofft habe, dass es doch in eine andere Richtung geht. Ja, es ist irgendwie gut geschrieben, aber ich weiß nicht, was ich damit soll. Ich weiß nicht, was Matt Haig mir mit der Geschichte von Terence Cave eigentlich sagen will und was ich da jetzt mitnehmen soll. Also und ja, ich weiß auch nicht. Ich sitze so da und ich habe mich auch schon nach Zuklappen des Buches gefragt, wozu hast du das jetzt eigentlich gelesen? Und das habe ich sehr, 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 sehr selten bei Büchern. Ich hatte das ja auch schon bei der Mitternachtsbibliothek, dass ich mich gefragt habe, was will man mir damit sagen, wenn egal ist, welches Buch ich von meinem Leben aufklappe, im Grunde alles irgendwie doof ist. Und so fühlt sich das hier auch an. Also ich bin in diesen menschlichen Abgrund mitgegangen. Das war gut beschrieben, manchmal sehr schwer, das auszuhalten und zu ertragen. Ich hätte das bei einem Roman auch nicht erwartet. Also das hatte für mich hier schon Psycho-Thriller-Charakter. Jetzt mit keinem Blut, aber so dieses menschliche Abgrund. Und hier steht ja tatsächlich Roman drauf. Ich verstehe das nicht. Also ich verstehe nicht, was mir Autor und Verlag mit der Bezeichnung Roman eigentlich sagen wollen. Mir fehlen irgendwie die Worte. Ich weiß das jetzt, glaube ich, auch nicht. Also ich hoffe, ich konnte meine Gedanken so ein bisschen rüberbringen, aber es fällt mir schwer, da irgendwas rauszuziehen. Außer, dass es einen guten Schreibstil hat, fand ich den Rest der Geschichte irgendwie wozu und warum und wieso als Roman. Und ja, natürlich, und das möchte ich noch anmerken, haben wir hier Mr. Cave, der trauert. Und jeder trauert anders. Das ist mir absolut bewusst, absolut klar, aber ich bin froh, dass, oder ich gehe davon aus und bin froh darüber, dass nicht sehr viele Menschen so sind, wie hier beschrieben. Also das ist ja, also es ist sehr schwierig. Es war eine schwierige Geburt, so gefühlt, wie man das so schön sagt. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht, wenn ihr es dann gelesen habt, gibt es ja auch die ein oder andere Rezension. Ich habe schon gesehen, bei Vorablesen sind schon ein paar Rezensionen hinterlegt. Das ist auch sehr gemischt. Von Meisterwerk bis hin zu langweilig. Und das würde ich definitiv auch unterschreiben, weil irgendwie auf den 300 Seiten, sind das überhaupt 300 Seiten? Ne, 250 Seiten, also man weiß im Grunde nach Seite 50 und hofft eigentlich immer nur, dass es nicht so endet. Ja, aber gut, das zu den fünf Büchern der Woche. Also doch ein bisschen, ja, eine merkwürdige Woche, die nicht nur Highlights parat hatte. Ich habe mir Harry Potters 20-jähriges Jubiläum angeschaut. Ich habe mir extra jetzt Sky Ticket geholt. Ich habe leider noch nicht so viel mehr auf Sky jetzt entdeckt, was mich irgendwie anspricht. Aber ich habe jetzt das 20-jährige Jubiläum mir angeschaut und es war wirklich schön. Es gibt es aktuell nur in Originalsprache, also in Englisch. Das fand ich aber absolut in Ordnung. Da kann man gut folgen. Es ist ja so, wie wenn alle ehemaligen Schüler, die wir eben aus den Filmen kennen, eingeladen werden zur Jahrfeier, zur Jubiläumsfeier. Und die treffen sich dann eben auch wirklich in Hogwarts. Sie unterhalten sich miteinander. Sie haben Austausch mit anderen aus den Filmen. Wir treffen oder, ja, werden auch ein bisschen mitgenommen zu all denen, die bereits verstorben sind. Auch denen wird ein wunderbarer Teil dieser Geschichte, ja, im Grunde gewidmet. Es hat mich schon sehr berührt. Also, ich bin ein absoluter Potterhead. Man sieht es hier oben unverkennbar. Und ich muss schon sagen, ja, mich hat es sehr gefesselt. Mich hat es sehr begeistert, alle nochmal so erwachsen zu sehen, groß zu sehen, ihre Gedanken zu sehen, wie sie das damals empfunden haben, was gut lief, vielleicht nicht so gut lief, wie das heute so ist, was das für Auswirkungen auf ihr Leben hatte. Und ich fand das schon richtig großartig. Also, ich habe ganz schön oft Tränen in den Augen gehabt, einfach da zurückzukehren in diese Welt, die mich immer wieder nach Hause bringt und die auch mir so viel bedeutet. Und dass man dann eben auch sieht, natürlich all die, die dann auch die Filme geprägt haben, dass auch die hier, ja, im Grunde einfach zu Wort kommen und ihre Gedanken sagen können. Ich fand es gut, trotz allem, was man über J.K. Rowling denken mag, dass man sie nicht ausgeklammert hat, so a la du weißt schon wer, sondern sie auch zu Wort kam, zwar mit älteren Interviewmaterial, aber doch ganz passend, dass man auch offen über sie und ihre Fantasie sozusagen gesprochen hat. Also, dass man da nicht gesagt hat, wir dürfen jetzt nicht über sie sprechen. Ich meine, sie ist nun mal die Erfinderin dieser wunderbaren Welt und nur, weil sie scheinbar in der Realität nicht so, ja, sympathisch mehr ist, nicht mehr das im Grunde irgendwie als, ja, als Meinung teilt, wie sie es zum Teil ja in den Büchern auch einfach gemacht hat. Ja, also, gar keine Frage, aber ich liebe deswegen trotzdem diese Welt und finde es gut, dass man ihr dahingehend zumindest auch einfach das Lob, sag ich mal, ausgesprochen hat, was für eine tolle Welt sie erschaffen hat und das kann man ihr auch nicht absprechen. Und, ja, aber, ja, es war wunderschön, einige Tränchen geweint und dann bin ich auf Disney Plus gegangen und, ja, hab meiner Becky mal vertraut und habe Lilo und Stitch geguckt. Ein Film, der, ich glaube, aus 2003 ist und ich mir immer eingebildet habe, ich hätte den im Kino gesehen, aber scheinbar nicht, denn er kam mir nicht bekannt vor. Becky liebt ja Stitch, also das kleine außerirdische Wesen und ich muss echt sagen, es war eine tolle Geschichte. Also, wir haben ja hier ein Mädchen, das bei ihrer großen Schwester wohnt und die haben ihre Eltern bei einem Unfall verloren und sie fühlen sich auch so ein bisschen verlassen und allein, aber, ja, wollen irgendwie auch zusammenbleiben und zusammenhalten und das ist aber gar nicht so einfach und es gibt halt gleichzeitig, sind wir irgendwo im Universum auf einem anderen Planeten und Stitch muss bestraft werden und wird eigentlich irgendwie abgeschossen. Irgendwie merkt man, oh, er landet auf diesem Planeten Erde. Großartig. Und da lebt ja auch eine Spezies, die ist dafür da, dass wir die Mückenpopulation wieder erhöhen können. Fand ich einfach nur großartig, diese Idee, dass wir eigentlich nur dazu dienen, dass die Mücken sich ausbreiten können, also wir Menschen. Und, ja, dort landet er, er wird von Lilo eingepackt und, ja, wird als ihr Hund, im Grunde fungiert er und dann nimmt das Chaos seinen Lauf und das alles mit hawaiianischen, es klopft hier, es tut mir sehr leid, aber ich hoffe, ihr hört das nicht zu sehr. Ja, wir haben hier hawaiianische Elvis-Klänge und es hat super viel Spaß gemacht. Also ich habe wirklich so viele Emotionen auch in diesem Film gehabt. Ich habe gelacht, ich habe geweint, ich habe mitgefiebert, ich hatte Spaß, ich hatte Freude, ich fand die Optik richtig, richtig toll, wie die Figuren gezeichnet wurden. Der Hintergrund ist wohl auch wieder so ein bisschen eher ins Aquarell mit Wasserfarben gewesen, wie es, ich glaube, auch mal bei Dumbo der Fall gewesen ist, wenn ich mich nicht irre. Das macht man heutzutage nicht mehr, weil wenn man natürlich einen falschen Strich setzt, ist dieses ganze Bild und man redet ja hier nicht nur von fünf Bildern, sondern, ich glaube, locker von 500. Und das, finde ich, merkt man diesen wunderbaren Film einfach an, dass man hier wirklich so ein altes Disney irgendwie wieder hat und auch wirklich so die Figuren schon sehr speziell gezeichnet sind. Und auch so wie, ja, einfach, dass man wirklich so auch dieses, wird es dann hawaiianisch sein, dass man hier wirklich so diese Charakterzüge in Mimik und Gestik und das fand ich einfach toll. Es hat mir großartig gefallen, wirklich ein bombastischer Film, wirklich ein Film-Highlight unter den Disney-Filmen. Und ich bin froh, dass ich ihn noch vor unseren Hangout geguckt habe, den ihr jetzt ja auch schon anschauen könnt, der ja am Donnerstag dann sozusagen live war. Und wir werden, denke ich, auf jeden Fall noch öfter über Disney quatschen und haben ja am Donnerstag sozusagen gestartet. Also, ja, vielleicht habt ihr den Hangout ja auch schon gesehen. Eine totale Film-Empfehlung, sollte sich jeder mal angeguckt haben, der ihn noch nicht kennt. Und ja, das war es soweit, meine Urlaubswoche in Büchern und Filmen. Serientechnisch tatsächlich nichts. Wie kam ich da vorne drauf? Ich weiß gerade gar nicht. Wahrscheinlich, weil ich die Woche vorher Serie geguckt habe. Und ja, eine Bücherwoche, die ein bisschen gemischt war, die besonders mich mit einem Buch sehr sprachlos zurückgelassen hat. Ich bin natürlich neugierig, was ihr so im Januar gelesen habt, was vielleicht euer Highlight oder euer Flop des Monats bisher war. Lasst mich da gerne in den Kommentaren ein bisschen daran teilhaben. Lasst uns da austauschen, würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ja, ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steppi. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Vielen Dank.